Jo yeah und willkommen zurück zur SWTOR mit einem weiteren Pack Opening und gerade erstes ist ja die neue Kiste Kriegsbeute Pakete rausgekommen und was kommt natürlich? Ein Pack Opening! Also, heute mal auf meinem Jedi Hüter Zello Remus. Ich hab die hier schon rüber geschickt und bevor ich zu lange rede, öffnen wir sie. 26 Pakete und ja, dann würde ich sagen, versuchen wir mal unseren Spaß. Ich hoffe, ich kriege dieses neue Rüstungsset des erbaren Seeherrs, äh Meisters. Und ja, werden wir mal sehen. Glückswürfel sind auch dabei. Ein Kumpel von mir, Fabian, der hat richtig viel rausgezogen. Der hat einen Holoranker bekommen, dieses ganze Set und, ach, schießt mich tot, noch einen Haufen. Naja. Okay. Dann gibt's hier so einen Trans... Oh, hier ist noch Portmittel und ein Färbemodul. So. Naja. Und was haben wir jetzt? Scheintod! Ja, ist doch mal was ganz Nices. So ein... Oh, Neckarwüstenkatzen. Und diese umberanischen Teile hier, die sind auch echt wertvoll geworden. Also, die sind ja, glaube ich, an die 500, 600k Wert. Kann man sich doch mal geben. Jetzt machen wir alle. Komm schon, komm schon. Und Gold, Gold, Gold. Nichts. Ergänzung. Heißt Helm. Und dieser Helm gefällt mir, ehrlich gesagt. Und Senatorenschuhe. Pah! Weg mit den Republikanern. So. Ein ganzes Rüstungsset. Noch ein Rüstungsset. Reparaturdroiden-Waffentuning. Wow. Und jedem etwas Braun-Silber-Ding. Naja, okay, Platinum jetzt nicht, aber okay. Rüstungsset und hier auch ein... Puh. Ja. Warum nicht? Äh. Okay. Ich glaube, wir kriegen die doch nicht alle gleichzeitig auf. Aber müssen wir gleich ein paar Teile annehmen. Passt schon. Emote erschrecken. Naja. Naja. Jetzt nicht so geil. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Oberkörperrüstung. Na, kriegen wir noch die Unterkörperrüstung. Ah, die Anpassung. Die Dinger sind nicht wertvoll. Das sieht sogar ganz nice aus, meine ich. Und ja. Dann der Kleinkram wieder. Okay. Oh, Planeten-Holokarte. Ne Dekoration. Den Schaden kann man hier eigentlich nicht anschauen, aber egal. Gut. Paket Nummer 18. Okay. Hier. Rätselhafte Ergänzungskörperrüstung des Agenten. Oh, oh, oh. Das könnte was wertvoll sein. Naja. Why not? Oh Gott. Oh, 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 oh. Unterkörperrüstung. Ich will noch den Rest kriegen. So. Kommt schon was Goldes. Was Goldes. Skorpion-TK-Gewehr. Na ja. Könnte vielleicht bis noch was wert sein. Und wieder ein ganzes Rüstungsset. Naja. Ist aber nichts wert. Und jetzt gibt's... Reperto. Wieder ein Waffentuning. Hatten wir schon. Aber was weiß. Holo-Projektor-Tarnung. Das ist, glaube ich, sogar ganz gut was wert. Dekorationen sind immer gut. Und ja. Gefährtengeschenke. Ja. Kann man auch mal gebrauchen. Komm schon. Schonungsloses. Näää. Das Teil ist hier, glaube ich, am wertvollsten von allem. Dann gehen wir zur... Traurigen 13. Das muss ein Gold-Item bedeuten. Nix. 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 Das könnte vielleicht ein bisschen... Doch, doch. Das ist, glaube ich, ein bisschen was wert. Ja, das könnte eine Million sein. Ja. Schauen wir mal. Nicht hingucken. Mülleimer. Scheiße. Unterkörperrüstung. Der kann gleich in den Mülleimer. Und ein Suchtruiden. Ja, ein Horstier. Scheiße. Okay. Dann Paket Nummero 11. 11 unser Schelf. Komm schon. Großer Glücks... Oh, die haben wir ja auch noch. Ja, die sind, glaube ich, auch nichts wert. Und Cantina-Bar-Einrichtung. Ich weiß. Und dann... Öffnen wir. Die letzten 10 Pakete. Was wird jetzt kommen? Mein Bruder... Mein Bruder darf jetzt öffnen. Okay, ich... Mach Raum zu. Warte. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, öffne einfach alles. Und dann gucke ich gleich, wenn... Draca gut? Könnte bisschen was wert sein. Ja. Also Gold sieht gut aus, ne? Können wir ja gleich mal nachschauen. Ja, ja, ja. Gibt dir 10 Millionen. Kannst gucken, was du davon kaufst. Ey, was ist das für ein Scheiß? Repulganische Kissenpalette, Mann. Das juckt niemanden. Mann. Einen Scheiß habe ich hier. 10 Millionen an FN-Sieg. Bla, bla, bla. Junge. 10 Millionen. Best Guard. Oha, ich glaube... Nein, naja. Aufzugsschild. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Keine Ahnung. Könnte gut aussehen. Und ein Scharfschützengewehr. Naja, Bronze. Naja. Ist nicht wirklich was wert. Kommt schon, gib mir noch wenigstens was. Guck auf, mir hat so viel bekommen, ey. Warum ich nicht? Ballwurf. Yeah, scheiße. Sechs Pakete übrig. Wir öffnen alle auf einmal. Gucke am Ende hin. Müll. 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 Könnte, könnte doch was wert sein. Naja, ist Bronze und Schrott. Ja. Wir sind wortwörtlich dabei. So, Waffenständer. Das sieht ganz cool aus irgendwie, aber keine Ahnung, ob das überhaupt was wert ist. Checker Rant. Das ist absolut ein Scheiß wert. Kommt schon. Nix. Was ist das für ein Name? Färbemodul des ehrenhaften Generals. Paradiesbauer. Muuuua. Schrott und Bronze Rüstungsset. Das habe ich mir echt mal wieder gewünscht. Ach, hier sieht man es. Kommt schon. Es kommt absolut nichts mehr. Industrie, Ergänzungs und ein Scheiß. Oh, alles ob. Ich geh schnell ins Gegenstandsversteckung und nehm irgendwas mit. Irgendwas. So, was habe ich? So, den nehmen wir schnell. Beanspruchen. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? So ein paar schöne Sachen. Ganz cool aus. Nehmen wir mit. Schrecken. Mal sehen, ob das was bringt. Absolut. Nichts. Fallwurf. So. Mal sehen, dass es mit dem goldenen Ding da. Mülleimer. Ich will mal wissen, wie der aussieht. Innen Mülleimer. Klar. Den nehmen wir. Nehmen wir. Brauche ich jetzt ein bisschen Platz zum... ...den letzten paar. Das nehmen wir. Zweimal. Dü-dü-dü. Den nehmen wir. Tempelfackele, der dunkel sein. Sieht ganz okay aus. Nehmen wir nicht. Den nehmen wir. Zweimal. Das nehmen wir. Komm schon. Okay. Wo haben wir es ist? Dü-dü-dü. Okay. Was habe ich hier zweimal Ballwurf habe? Wo ist denn das Teil, was ich gerade noch bekommen habe? Hey, wir hatten noch ein Transportmittel bekommen. Wollt ihr mich verarschen? Alles klar. Öffnen wir mal die letzten beiden. Dafür müssen wir... Ey, guckt euch den Mist mal an. Mitte, außen, links und rechts. Es ist der größte Müll des Jahrhunderts, den ich hier bekommen habe. Herzlichen Glückwunsch. Alles klar. Ist ja nicht so, dass ich gerade noch irgendwo da oben so ein Ding da bekommen habe. Montag. Weiß, ob die mich verarschen. Willi ne geht... Ne, 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 ne. Alles ob. Wir hatten doch so ein komisches Ding da bekommen. Den finde ich jetzt nicht mehr. Stopp, bro. Okay. Neu. Vielleicht kriegen wir jetzt zumindest die... Eiswürfel, wollte ich schon fast sagen. Wo sind die Eiswürfel? Ich will Eiswürfel haben. Gib mir Eiswürfel. Eiswürfel? Eiswürfel. Na, war fang cool. Wo ist Eiswürfel? Meine Güte. Ich finde keine Eiswürfel. Die machen einen echt. Müsam. Ich hatte doch... Glückswürfel. Amna. Nicht so Glückswürfel. Amna. Alles klar. Dann gibts mir einfach nicht zurück. Okay, Glückswürfel. Sind das... Uh. Glückswürfel. Ich glaube, ich öffne zu wenig Pakete, um zu wissen, unter welche Kategorien sie da sind. Was soll ich jetzt seit 5 Minuten nach diesen Scheißwürfeln suche? Wahrscheinlich habe ich sie schon übersehen. Und ihr denkt euch, was für ein Dummkopf. Ja, das denkt ihr gerade. Geil. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist doch kein Spielzeug. Großer Glückswürfel hießen die doch. Ja. 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 Da haben wir ihn doch. Der ist ja meine ungezähmte Beste hier auch noch irgendwo. Okay. Dann geht's damit los. Ein Item. Scheiße. Nächstes Paket. Und. Scheiße. Nächstes Paket. Nächstes Paket. Und. Scheiße. Nächstes Paket. Nur noch immer ausbekommen. Ist ja wohl ein Witz. Mal sehen. Mal sehen. Wie viel wir wenigstens daraus abziehen können. Okay. Angeblich 15 Millionen. Ja. Okay. Gar nicht drinne. Dein Tod. Naja. Das will ich wissen. Ist ja nix. Ist ja mal nix. Sie sehen irgendwie ganz nice aus. Muss ich sagen. 500k. Ja. Ist geblieben. Nix. Oh. 3000 Credits. Oh. Wie schade. Das hatte ich aber schon vorher. Ach. Da haben wir es doch. Ich bin noch ein dummen Kopf. Ja. 15 Millionen. Aber ich würde sagen. Es geht. Oh. Sieht ja geil aus. Ah. Werden wir mal sehen. Ich glaube ich nutze den. Oder doch nicht. Ah. Ich weiß es nicht. Okay. Das war es mit dem kleinen. Ähm. Ähm. Ihr wisst schon. Pack Opening. Das ist nix wert. Das kann ich gleich selbst ausnutzen. Naja. Okay. Was soll es. Ja. Das war es mal wieder. Scheintot war glaube ich auch nichts wert. Egal. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ähm. Wenn ihr mehr davon sehen wollt. Dann sagt Bescheid. Dann gucke ich mal nach ein paar weiteren Hyperkisten. Und dann würde ich sagen. Machen wir noch einen Ruckwärtssalto. Den ich hier nicht drin habe. Scheiße. Okay. Täuschen wir an. Ähm. Nein. Wir müssen es rausholen. Äh. Tut mir leid. Ähm. Modes. Ruckwärts. Das muss ich einmal angeben. Einen Ruckwärtssalto. Ich bedanke mich. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Hohoh. 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 Vielen Dank.